Steven Esterkamp, Glückwunsch 81 zu 77. Wie gut tut so ein Sieg nach vier Niederlagen in Folge, auch endlich mal wieder vor den eigenen Fans? Danke, das ist ein super Sieg für uns und das ist ein gutes Gefühl für uns, für die Mannschaft, für die Spiele. Diese Woche war eine sehr gute Trainingwoche mit der Intensität und wir hatten das richtige Mindset dieses Spiel und das war wichtig für mich. Aber ich bin stolz auf meine Mannschaft, wie wir heute spielen. Wir gehen drei Spieler raus mit Verletzungen. Wir hatten einen neuen Spieler reinkommen und wir hatten sehr gut zusammengespielt. Kommen wir gleich auf den neuen Spieler zu sprechen, George Brock. Erst zwei Tage in Paderborn, ich glaube zweimal im Training erst dabei, hat heute super performt und direkt gezeigt, warum du ihn verpflichtet hast. George war sehr gut heute. Zwei Tage vor dem Spiel im Training und er musste lernen, was wir machen und das ist viel. Das ist super, was er heute gemacht hat. Aber ich sage das auch mit unseren Spielern. Seine Teammates waren sehr, sehr gut. Er hat anderes heute gemacht vor ihm, dass er, dass er kann das sehr gut spielen oder mit uns spielen und so. Auf alle Spieler, das war super. Zur Halbzeit lag Paderborn noch zurück und auch im dritten Viertel hatte Nürnberg immer noch so drei, vier, fünf Punkte Vorsprung. Was war dann die Ursache, dass Paderborn das Spiel gedreht hat? Ich glaube, das war unsere Verteidigung in der vierten Viertel. Wir hatten sehr stark gespielt. Die Intensität war da, aber an Ball, das war super. Von Marcus, von George, von O'Shane. Und wir hatten das von allen Spielern, das war wichtig. Und von unserer Verteidigung, wir hatten einfache Punkte. Das war der Change in das Spiel. Jetzt geht es am Mittwoch nach Vechta, zum Lieblingsgegner Vechta. Was erwartest du? Vechta ist der beste, das erste in der Liga. Das ist ein schwieriges Spiel für uns. Sie hatten sehr, sehr viel Qualität überall. Und für uns, wir müssen ja, wir müssen sehen, welche Spieler haben wir. Und ja, wir können spielen ohne Stress. Wir können nur spielen und hoffentlich Spaß haben. Ja. Mit hoffentlich vielleicht ein, zwei Spielern, die dann wieder bereitstehen. Eventuell noch nicht ganz klar. Aber auf dem Sieg heute kann man aufbauen. Gratulation nochmal. Und das wird jetzt mal ein schönes Wochenende. Ein ruhiges Wochenende. Danke schön. Danke. Steven, danke. Okay, Derek Taylor, Head Coach of Nürnberg Falcons, BC. Tough loss. Und 77, 81. You were in front at the halftime and still stayed in front a little bit. The game switched in the last quarter. What's your statement? Well, you know, first of all, I have to say, Paderborn played a really, really good game in the second half. You know, they were fighting like crazy. You know, it was a tough game for us on the road. You know, I thought we played, you know, a solid game up until that third quarter and midway through the third quarter. But, you know, but our guys showed character. They still came back. They fought. We were a little bit shorthanded. Okay, Paderborn also. But we had some, you know, with Thomas being out there was really difficult to play the second half. But again, it's a tough place to play. Paderborn is a very, very good team. And yeah, so we lost a rough game on the road. Paderborn lost four times in a row. You won two times again. Yeah. What do you expect from the rest of the season, especially for your team? Playoffs is a thing. That's what everyone is asking always. In this league right now, with the standings being so close, I think no one can say playoffs is guaranteed. But we're going to fight for it. You know, we're going to bounce back on Wednesday. We're going to play a good game. And, you know, in front of our home crowd, we have really a great home court advantage. I remember. It's going to be important for us to continue in these next two games. So I look forward to going home and having two very, very good games. Yeah. Okay, then. Thank you very much. Thank you. Have a nice trip home and hope that Wilder isn't hardly injured. I hope so too. I hope so too. Thank you very much. Good luck to you guys too with your injuries and the rest of the season. Thank you. Okay, George. Congrats first for the victory. I mean, you're new. You come here two days only in Paderborn, only two times practicing with the team. And then you came here and make 15 points responsible for the for the victory kind of. How's your feeling? I mean, it feels great. We have a great group of guys. They open me with, you know, welcome arms. I mean, everybody kind of gelled together. So it's a great group of guys, you know, to come in with. So like, you know, they kind of picked me up when I was a little down. So it's like, you know, why not come fight for these guys? So it's like, you know, just coming in with these guys, you know, I'd rather go to, you know, I want to fight. So just coming from, you know, and coach, he makes it easy for us with the game plans. Like, just how he coaches, how he, you know, his terminology. I love it. So like, why not want to play hard and give it, you know, your all for these guys? So, you know, they, they gave me their all when I first got here. So why not give them my all? So, I mean, it's a, it's a good experience. So I just think it'll be a fun journey with the team. And I love, you know, these group of guys. So it's good. That's cool. It looked like that. I mean, I saw one time at the, I think third quarter, you ran out very quickly. I think that was, you overpaced a little bit. Yeah, I was a little jet lagged, but you know, I mean, I was dealing with a lot. My mom just passed. So, you know, just stress, you know, a little bit. So it's just like, just getting back into rhythm of things. So I didn't play a game since December. So, you know, just getting back into the rhythm and the flow and coach kind of, you know, made that easy for me. Two minutes on, two minutes out, you know, why not give it my all to push myself to get back into game shape. That's good to hear. Yes, sir. So very nice. So thank you again. Yes, sir. We're all happy you're here and I think we get better with you and hopefully we will have a lot of fun in the last five minutes. I love that one. We're here. We're here to stay. Good one. Make a good push. Nice meeting you, Pat. Yes, sir. Yeah.